Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, das Kleid ist mitnichten eine spitzen Höckelarbeit, sondern besteht aus einem Gardinenartigen Stoff, der absolut nicht so aussieht, wie auf dem Bild. Das Bild zeigt schlichtweg ein anderes Kleidungsstück. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.